Herzlich Willkommen zur Verlosung des LBS Gewinnspiels anlässlich der Super Enduro Weltmeisterschaft am 7. Januar 2023 in Riesa. Mein Name ist Tino Bund und ich sage herzlich Willkommen und bitte steig und drück die Daumen für die Gewinner der heutigen Superpreise, die wir hier verlosen. Gewonnen hat ein Gutschein für zwei Personen zum Super Enduro Weltmeisterschaft in Riesa 2024. Pölsch Lukas aus Arzberg. Herzlichen Blickwunsch. Gewonnen hat einen weiteren Gutschein zur Super Enduro Weltmeisterschaft in Riesa 2024. Philipp Allert aus Chemnitz. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen hat unseren CFMoto Racing BrüsselGP Bildband aus Saison 2022. Schönecker Matthias aus Liechtenstein. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen hat 1x2 Sitzkissen von der Super Enduro Weltmeisterschaft 2023 in Riesa. Tom Walter aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen hat 1x2 Sitzkissen von der KTL Motorhal in Österreich. Arnold Volker aus Gornsdorf. Glückwunsch. Gewonnen hat noch einmal 2 Karten für die KTM Motorhal in Österreich. Timo Reinhardt aus Porta Westphalica. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, ich bin Cheyartigas und der gewinner von dieser CESMoto ist... Cheyker Elisabeth aus Fahne mit. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und der gewinner von dieser CESMoto hat ist... Neubert Toni aus Wunstein-Hanztat. Congratulations. Hi, my name is Joe Calso. And now we're going to be drawing out the winner of the Nintendo Switch. Joe Calso. Myself. Kündrich Andrea in Gornstorf. Congratulations, you are the winner. Eine BMW M1000RR von Lego gewinnt Annette Müller aus Leipzig. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Und den Hauptpreis im Rahmen des Gewinnspiels der LBS anlässlich der Super-End-O-WM in Riesa am 7. Januar 2023 in Höhe von immerhin 300 Euro gewinnt. Nico Liebelt aus Froburg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sagen herzlichen Dank zur Teilnahme am LBS Gewinnspiel anlässlich der Super-End-O-WM am 7. Januar 2023. Und wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr, nämlich dann, wenn es wieder heißt Super-End-O-WM in Riesa. Herzlich Willkommen.